Gibt es Zufälle? Der Mensch wird von Geburt an von seinen Gedanken beeinflusst. Man wird durch die Kraft der Wünsche und Gefühle gesteuert. Es kommt darauf an, ob man mit dem rechten oder mit dem linken Fuss aus dem Haus geht. Was, wenn es auf der einen Seite rutschig ist? Und ihr seid dank dem Schritt verfehlt? Wenn man sich etwas indirekt wünscht, zum Beispiel jemanden auf dem Weg treffen, dann wird man jemanden auf dem Weg treffen. Ob man den dann begrüsst oder nicht, bleibt bei einem selber. Durch deine Entscheidungen und deine Erfahrungen lernst du jeden Tag eine neue Lektion. Manchmal können die Erfahrungen sehr schmerzhaft sein. Genau wegen diesen Lektionen bist du der, der du jetzt bist. Der Mensch wird durch die Natur beeinflusst und sie zeigt einem den Weg. Wenn du jemanden liebst, sag es ihm, denn du weisst nie, was der Morgentag alles bringt. Nein, es gibt keinen Zufall. Alles hat einen Grund. Und eines Tages wirst du erfahren wollen. Ja. Ja. Ja.